Yeah, der ist gewidmet an all die, die früher so richtige Nerds gewesen sind, die so richtig drunter gekommen sind, weil sie so irgendwie outside-mässig drauf gewesen sind mit komischen Hobbys und komischen Ideen. Und sie ist auch gewidmet an all die, die so Scheisse gefunden haben. Weil ich bin so uncool gewesen, dass sie jetzt schon wieder cool ist und ihr Track darüber machen kann. Check it out! Ich war schon vor 20 Jahren nicht cool, hatte die Schule geliebt. Mein Lieblingsspiel dort, ist Trill Pursuit gewesen. Mit den Schülern, wir lesen Ratten und Bücher, wo uns so unsicher, wir lassen den Masten im Frühling stehen. Wir haben experimentiert mit Chemiebaukasten, ein Aquarium gebaut und Fröscht züchtet aus Kaukwappen. Draussen Käfer gesammelt, analysiert mit Mikroskop. Wer sich der Rest gefragt hat, was mit dem Typ da los? Der mit Hochwasserhosen, Wolle-Bulli-Locken-Kopf, 2000 Seiten, Härte-Ringe-Glässe und andere Hotzeplotze. Wo andere im Freundschaftsbuch wissen, was sie werden wollen, haben mich damals schon gefragt. Wo es mich füllen würde, bis Lebenszentrum werden andere Fussballer, 5 Männer. Ich Archäologe, Literat und Wissenschaftler. Und darum haben alle pro Jahr nur einmal in einer Gruppe mit mir sein. Von an den grossen Ferien, beim Abschluss-Geografie-Spiel. Und kein Interesse gehabt an Händchen halten, Flaschen treiben. Mit drei zum Sternenzellen, PC-Tunen, Laserzeichen. Auch später nicht begriffen, wie so die Mädels auf diese Typen fliegen. Als Namen gewusst von Galaxien und Südseinsen. Der One-Love von Mineralien-Sammler, Hobby-Human-Biologe mit 7 Briefmarken halben. Wo meine Mitschüler eins Bravo gekauft. Hab mich bloß geploppt verwaschliesslich, weiss jedes Kind, wie das so läuft. Und wo andere später fette Kohle verdient haben, habe ich nur neben Jobs gehabt. Bis Ende des Monats hätt's nie gelangt. Im Umfeld hätt's sich gewünscht, dass ich auch mal mit den Händen arbeite. Nicht immer so Kopflastig, was rechts halt. Und ich hätt's acht Jahre studiert. Könnt ihr euch alle mit dem Kopf schütteln. Was ist die Böde damit mach? Besser, wenn ihr nicht fragst, bitte. Und als Sechser im Masterdiplom hatt ich locker geschrieben. Bleibt der Studie von Leipen. Ein Jahr hatt ich doch den Titel. Genau so ist das etwa g'si. Äh, richtig, ich freig bin ich g'si. Gelehrt hab ich nie, der Scheiss hat mich einfach interessiert, also. Genug jetzt mit Studie-Rapper und so. Holt zuerst mal euren Schulabschluss nach, dann reden wir wieder. Yeah. Peace out. Buuu. N ja. Musik K